Eine neue Sendung, die Rundshow heißt und die gleichzeitig im Internet läuft und im Fernsehen übertragen wird. Wir möchten zeigen, dass wir im Rundschau-Studio sind und ein eigenes kleines Set haben. Dieses eigene kleine Set soll in dem Bereich aufgebaut werden. Ich möchte euch sehen, wie ihr in einem kleinen Rundschau-Set seid und in Verbindung dazu eben die Rundschau. Hier müssen wir diesen Hintergrund noch optisch ein bisschen aufarbeiten, dass die so aussieht wie eine Rückseite von einem Studio, was für den Fernsehzuschauer auch erkennbar ist. Und dann wird man ja eigentlich gern diese Gitter noch ein bisschen rausarbeiten. Das ist so anregend. 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 Das ist so anregend.